Wir sind jetzt in Ormana, Dorf heißt Ormana, wunderschöner Dorf, alte Häuser, wieder zwischen 100 und 300 Jahre alt. Die Moschee ist ebenso, ja. Da hinten kackt den Juxer, Maschallah, Maschallah, der ist gerade wach, der schläft ja nur. Dieses Haus ist 69 Jahre alt und der Besitzer von dem Haus, der gerade wach ist, das ist wunderschön. Mein Arm mit drauf.